Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu einem kleinen Special für euch, Call of Duty Black Ops 2. Wie die meisten von euch sicherlich schon mitbekommen haben, macht mir das Spiel verdammt viel Spaß. Und nachdem auch gestern Abend der Livestream ordentlich gerockt hat, dachte ich mir, hey, probiere ich mich mal an etwas Neuem, an einem Live-Kommentary. Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer-Action. Mal schauen, wie das Ganze bei euch ankommt, wie ich mich da überhaupt drin mache. Ja, ich spring einfach ins nächste öffentliche Spiel hinein und such mir mal einfach eine kleine Runde Team-Deathmatch. So, wenn dessen der hier die Spieler sucht, oh, jetzt wirft er mich auch schon direkt ins Spiel. Drone, tiefer Dschungel, Myanmar, Team-Deathmatch. Okay, ich dachte, ich kann nochmal eben meine Kombination zeigen, also meine ganzen Perks und so weiter. Gut, das machen wir dann einfach nach der Runde. Jetzt geht's hier gleich direkt in die Action. Hoffe ich mal. So. Ich hoffe, dann kommt auch gleich Ton. Ist noch ein bisschen verbuggt bei dem Spiel. Der ist nämlich standardmäßig ein bisschen leiser, aber im Spiel dann wiederum lauter. So, hört man jetzt auch schon? So, ja. Oh, ich hab noch, oh, ich hab noch Zielsucher drin. Na gut. Ja, da geht auch gleich der Erste zu Boden. So, gleich mal nachladen. Ganz wichtig. Niemals das Nachladen vergessen. So, dann steht man vor dem Gegner und hat keine Munition mehr, ne? Das wäre ja arg schlecht. So, zieh ganz vorsichtig hier hoch. Oh, da kommt er auch angerannt. Haha. Und lutscht direkt, aber ich lad mal noch nicht nach. 14 Schuss habe ich noch. Oh, da hinten steht einer. Der Vorteil, weil Zielsucher ist, ihr seht das schon. Ähm, ja, das Ding zeigt euch an, wo die Gegner kommen und man kann auch vielleicht viel besser anvisieren, aber hat mir nichts gebracht. Äh, Russovx oder Russfox hat mich direkt, äh, weggehittet. So, wir starten erneut. Der Zeitplan ist in Gefahr. Beeilung. Oh ja, da muss ich ja mal ganz schnell Gas geben. Ja, wir sehen auch gerade, es sind nicht mehr so viele Punkte. Wir sind ja am Verlieren. Ich bin also in eine bestehende Runde hinein. Und, verdammt, äh, sterbe auch direkt nochmal. Aber das ist gut, dann zocken wir gleich einfach noch eine Runde. Und ich zeige euch schnell meine Perks und Waffenkombinationen. Wovon, wo? Verdammt, da kommt der von hinten. Mensch, hier am Anfang noch so die schöne Parade gemacht. Drei Leute gekillt. Du, jetzt aber hier noch, oh, direkt daneben geschossen, aber seinen Rücken frisst meine Kugeln. So, jetzt, von hier kommen sie nämlich auch ganz gerne. Deswegen schneiden wir ihn direkt den Weg ab. Naja, zwei Punkte noch für den Gegner. Das holen wir auf keinen Fall mehr ein. So, ja, Niederlage. Das war klar. Spielbonus, 108 EP ist jetzt nicht ganz so hoch. Aber, immerhin. Ich muss ja sagen, mir gefällt das sehr, dass die Server jetzt alle dediziert sind. Angeblich, so Treyarch, macht man das auch, dass es weniger Cheats gibt. Weil, es wird keine Server-Software mehr rausgegeben. Dadurch soll wohl das Entwickeln von Cheats nicht mehr so leicht sein. So, 4 zu 3 habe ich gespielt. Naja, könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. So, jetzt gehen wir hier erstmal ganz kurz raus aus der Lobby. Und ich zeige euch in aller Ruhe meine Kombi. So, ich benutze die Typ 25 mit, zack, einmal dem Zielsucher. Habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Das Ding zeigt mir an, wo die Gegner kommen. Das wechsle ich aber wieder zum Reflex, denn das Reflex ist ein bisschen besser. Und ich benutze den Vordergriff. Der Vorteil ist, dadurch wird ein bisschen der Rückstoß abgebremst. Und man kann viel besser schießen. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Als, ja, Sekundarwaffe habe ich mir einfach die Tech 45 freigeschaltet. Ich denke mal, das ist soweit in Ordnung. So, dann habe ich hier an Perks derzeit Leichtgewicht mit drin. Schnellere Bewegung, kein Schaden beim Fallen. Finde ich ganz gut. Bei, äh, Extra 2 habe ich derzeit, öpp, ihr habt Kalbblütig drin. Sie weichen weniger zurück, wenn sie getroffen werden. Äh, ne, das zähle ich kein. Ich habe Kalbblütig geschützt gegen Zielsysteme, inklusive Dualbandzielsucher, Sensorgranate, MMS und Spielergesteuerte Lufteinheiten. Kein Name oder rotes Fadenkreuz, wenn anvisiert. Ja, damit kann man mich einfach nicht sehen. Sprich, wenn ich dieses Zielsucher drauf habe, was ich jetzt eben noch drauf hatte, und der Gegner hat Kalbblütig, dann sehe ich ihn nicht. Das ist der Vorteil daran, deswegen benutze ich den auch. Äh, flinke Hände könnte ich mir noch freischalten. Habe auch noch 8, äh, äh, noch 11, äh, Freischalltokens übrig. Quatsch, nicht 8, sondern 11 Freischalltokens. Ja, flinke Hände, schnellerer Waffenwechsel, ähm, ist jetzt, naja, nicht unbedingt das Schlechteste, aber ich sag mal, kaltblütig ist hier taktisch schon besser. So, dann habe ich hier noch Gewandtheit, schnelleres Ziel nach dem Sprint, schnelleres Überleben, äh, Überwinden und Klettern. So, äh, länger Sprinten. Zeigt feindliche Ausrüstung in der Welt an verzögert ausgelöste Sprengsätze, würfelt Vorräte neu aus und versieht sie mit Sprengfallen. Naja, nee, das brauche ich auch nicht, da bin ich mit Gewandtheit schnelles Ziel nach einem Sprint, denke ich mal, schon besser. Ja, Standardgranate und Standard, was ist das für eine? Döp, auch eine normale Handgranate. Verwirrt Feinde und verlangsamt ihre Bewegungen, ne? Ich könnte auch Rauch, Sensorgranate, EMP-Granate, na gut, das müsste ich mal von der Map abhängig machen, aber ich bleibe erstmal hier auf der Handgranate. Ich würde sagen, das ist so für Level 14, was ich gerade bin, eine ganz ordentliche Kombi. Mein Ziel ist es ja, die, äh, Ska-H zu erreichen mit Level 40, denn da habe ich ordentlich Bock drauf, ist auch schon immer eine meiner Lieblingswaffen gewesen. Gut, damit wisst ihr, was ich hier am Start habe und wir springen direkt in die nächste Runde Team Deathmatch. So, geht direkt los auf Carrier. Das Spiel beginnt jetzt, naja, das wird nur noch ein bisschen dauern, weil jetzt in den Sekunden, wo der Spielstart gleich beginnt, joinen nochmal zwei hier rein und resetten das, geben wieder raus, resetten wieder, das kann jetzt hier teilweise echt lange dauern, aber tut es nicht, haha, ich hab Glück. Ich habe Glück hier in meiner kleinen Multiplayer-Runde. Ihr könnt mir auch bitte in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze gefällt, ob ihr da mehr Videos von sehen wollt, ist jetzt ja gerade erstmal nur ein kleiner Test, aber ich spiele halt so liebend gerne derzeit Black Ops 2, deswegen möchte ich euch da auch gerne dran teilhaben lassen. So. Ich glaube, auf der Map habe ich auch schon mal gespielt, das ist auch schon der erste, erste, erste Gegner, und, ja, verdammt, da war noch der zweite und der dritte. Also hier hätte ich auf alle Fälle vorsichtiger sein müssen. Vielleicht auch mal ein bisschen, äh, in die Hock, oh, Gegner. Ah, jetzt habe ich mich schon zu erkennen gegeben, habe ich noch nicht gesehen, aber ich treffe ihn auch ums Verrecken nicht, ums Verrecken nicht. Also das war jetzt gerade nicht so gut, immerhin noch 25 Assists bekommen. Ich habe auch zuerst überlegt, ob ich einfach so ein, äh, normales Commentary machen soll. Also sprich, die Runde erst zocken und dann kommentieren, aber das fällt mir immer viel schwerer, weil ich mag es live zu sprechen, also das ist für mich viel schöner. Ah, so, direkt mal zwei abgeknallt. So. Jetzt können wir uns hier oben so ein bisschen postieren. So. Ein bisschen Glück. Out. Ich laufe jetzt wieder zurück, denn... Gerne kommt hier auch mal der Gegnerdampf ganz übel von hinten. Zack. Haha, da habe ich ihn schnell noch abgezogen und Drohne freigeschaltet. Ja, brauche ich jetzt nicht eigentlich. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der Drohnen-Fan und dieser Killstreak-Fan. Ich spiele auch eigentlich sehr gerne abgespeckt, habe ich bei Modern Warfare 3 immer gemacht, aber da findet man so selten Mitspieler. So, jetzt lassen wir hier nach oben gehen. Und hepp. Und hepp. Hui. Zweimal gehäppt. Bin ich ein Heppster. I'm a Heppster, Baby. And you're the lazy one. Oh, aber apropos lazy ones, wo sind hier die Gegners, die schon wieder am Gewinnen sind, diese Schweine? Wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen hier. Da ist einer. Ah, verdammt. Jetzt kommt er nicht aneinander. Oh, verdammt. Ich hätte es jetzt besser timen müssen. Ah, da kommt er von hinten hochgesprungen. Zack, Veteran. Zack, zack, zack hier. Aber, da fliegen noch ein paar Kugeln. Das heißt, ich bin noch nicht aus der Gefahr raus. Aber der hier. Ah, shit. Da kommt noch der eine von oben da runtergesprungen. Vom Flugzeug. Ne? Dieser böse Bube. 4 zu 3. Ich bin auf dem zweiten Platz in meinem Team. Na ja. Ähm. Ich muss ganz kurz mal orientieren. Ah, da ist der Gegner. Abschuss bestätigt. Ah, der will mich messern. Nein. Ha, ha. Ach. Mit der Handgun geholt. Und nicht mit der Granate. Ach, mein Gott. Hab ich mich mit meiner eigenen Granate weggezogen oder was jetzt hier? Ah, Mann. Das war jetzt aber eine schwache Leistung hier. Drohne nähert sich. Oh, oh. Eine Drohne. Ich hasse diese Dinger. So, du stirbst jetzt erstmal. Da hinten war noch dein komischer Freund gewesen. Wo ist der hin? Da. Bäm, Junge. Ha, ha. Fuck yeah. Oh, na gut. Und der hat mich grad gefuckjährt. Ich sollte auch mehr auf die Karte gucken. Ich bin's aber vom Counter-Strike immer noch gewöhnen, dass ich da sowas nicht hab. Deswegen hat sich mir die Jahre so eingefleischt bei mir. Bei Quake haben wir sowas auch nicht gehabt. Na, zwei Gegners. Zack. Weggezogen. So läuft das hier. Modern Warfare geht kacken. Black Ops 2 rockt die Hölle. So, der wird jetzt hinten dann irgendwann rauskommen. Ah, verdammt. Da hätte ich jetzt gedacht, ich schaff da noch die lustige Parade. Ja, seht ihr, ne? Hab ich mich einfach beim Schielen ein bisschen verzielt. Wiss, wiss, wiss. Beim Schielen verzielt. Wie geht denn das? So, aber wir verlieren hier. Ich mach einen Abschluss nach dem anderen und wir verlieren hier. Scheiß Team. Nein, natürlich nicht. Ich hasse es, wenn Leute immer alles auf ihr Team schieben. Leergeschossen. Da oben fliegt jetzt auch gerade so ein bisschen wie im Drohne. Kann man die schon mal nicht runterholen? Ne. Da bin ich auch gerade jetzt einfach selbst bei gestorben. Ey, ich bin auf dem ersten 11 zu 7. Da kommt doch schon der nächste runtergerannt. Ah, die scheiß Drohne da oben. So eine verfickte Kacke. Mann, ich hasse die Dinger. Wirklich. Unendlich. Ich weiß, man rastet immer so schön aus bei diesen Spielen. Ha, ha, ha. Er dachte, er kriegt mich. Ne, aber hat er sich mit Miuga angelegt. So ein blöder Jan. Dafür hat der es geschafft mit derselben blöden Taktik. Ach, du Shit hier. 12 zu 9. Na ja, immerhin Bester in meinem Team. Aber, aber, die Stats sind auch nicht so gut. Ne, da nimmt der Elotrix nicht den Penis in die Hand, wenn er das sieht, wie schlecht ich hier spiele. Und ich bin schon wieder in diese blöde Drohne reingerannt. Immer und immer wieder. Ich sag's euch, liebe Leute. Ich sag's euch. Düm, 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 düm. Wir verlieren hier. Das gibt's doch nicht, ey. Wieso verlieren wir? Wenn ich hier einen Kill nach dem anderen kassieren würde, würde ich ja sagen, yo, läuft Kacke. Aber das läuft ja eigentlich gar nicht so Kacke. Hier, guck mal, ja. Da, ne, da denkt er nicht, aber ich komm von hinten. So schnell geht das, ne? Eben dachte er noch, er reicht jetzt hier bestimmt was und dann... Und er, nein, nein, Drohne, Drohne, doch keine Drohne. Quellbrunnen war's gewesen. Ja, der olle Quellbrunnen. Äh. Kassiert auch erstmal gleich die... Da hin. Ja, junge Vergeltung. Vergeltung! Und er denkt auch, er kann hier so einfach dann langrennen. Ja, verdammt. Eine Granate in die Richtung werfen. Rinkt ja meistens nix. Außer den Tod. Keule, ne? Die Keule hat mich erwischt. Hab ich die derbe Keule auf den Kopf bekommen. Na, der oben auf dem Flugzeug hängt da immer. Junge! Sollst sterben, sollst du! Was macht denn der da oben? Denk der kann jetzt hier... Sag mal, das ist doch jetzt hier nicht die Möglichkeit! Okay, aber gar nicht da, Keule, hier! Nein, nein, runter, runter! Ah. Okay, jetzt, äh... Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn denn Keule hin? Hm, Keule ist weg. Gut, ich hab den Granatenanschlag... Was ist da, Gegner? Ah, die haben schon wieder 68 Punkte, die blöden... Hier einmal am besten nach unten zielen, denn die meisten springen ja dann gleich nach unten und dann schießt man nach unten, ja, und zerfleddert ihnen quasi ihr mistiges Rückenmark. Und... Ah, jetzt laufe ich hier auch noch in so eine blöde Granate rein. Ah, verdammt, im Freischuss hat's nichts gebracht, aber ich halte mich immer noch auf dem ersten Platz. Ich hoffe, dass ich das auch noch bis zum Ende der Runde halten kann. Dann habe ich wenigstens einen kleinen Erfolg erzielt. Nein, Niederlage eingesteckt, aber immerhin auf dem ersten gewesen. 1550 Punkte bekommen und noch 341 Spielpunkte. Naja, naja. Könnte besser laufen. Könnte einfach besser laufen. Und da, wie er ihn weggezogen hat, letzte Abschusskamera. Goodie. Naja, vier Assists noch eingesteckt. 14 Abschüsse, 13 Tode und immerhin ein Level gemacht. Bin jetzt Level 15, Staff Sergeant, Rang 3. Hab einen Freischalltoken bekommen. Äh, Sibirien und Wächter. Platzierbare Mikrowellenschüssel sendet betäubenden und schädigenden Strahlungskegel aus. Hm, eine Mikrowellenschüssel. Ob man damit auch Essen machen kann? So, Lasermarkierer. Naja, auch nicht so das, was ich gerne benutze. Hier nochmal meine ganzen Achievements, die ich während des Kampfes gemacht habe. Nicht schlecht, sag ich mal. Nicht schlecht. So, wir verlassen die Lobby, liebe Leute. Denn damit endet auch das erste Live-Kommentary zu Call of Duty Black Ops 2. Ich spreche ziemlich schnell, fällt mir gerade auf. Aber, ja, ich denke mal, wir haben hier eine gute Runde hingelegt. Ich hab einige Leute abgeschossen, ein paar schöne Aktionen gerissen. Hab mich nicht ganz so sehr blamiert. Und ihr könnt mir ja sagen, wie ihr das Ganze findet. Ob ihr da mehr Videos von sehen wollt, haut es mir einfach in die Kommentare. Auf YouTube oder auf Facebook oder auf Twitter, wo ihr mich auch immer erreicht. Ihr könnt meiner Gruppe beitreten auf Steam. Da hab ich ja die tolle Zocken mit HiYuga-Gruppe. Die ist auch nochmal unten in den Kommentaren mit verlinkt. Da könnt ihr beitreten. Dann seht ihr immer, wenn ich gerade COD am Zocken bin. Und könnt einfach hinterher joinen. Und dann können wir auch zusammen ein bisschen die Action starten. Vielleicht habt ihr ja Glück und landet auch direkt in der nächsten Aufnahme. Ja, würde ich mal sagen, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, BB, euer HiYuga.